Kapitel 5 Volljährig Am nächsten Morgen wurde Harry von Sonnenstrahlen geweckt, die in das Zimmer fielen. Seit Sams Geburtstag war es immer eher trüb und regnerisch gewesen. Nun schien es so, als wolle das Wetter Harry und seinen Vätern das perfekte Geschenkmacher. Gernend setzte er sich auf. Dracos Seite des Bettes war leer. Im selben Moment ging die Tür auf und der Slytherin kam frisch geduscht und angezogen aus dem Bad. Er lächelte, kam auf das Bett zu und setzte sich auf die Kante. Na, wer ist denn da wach? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, sagte er und küsste seinen Freund. Danke, sagte Harry, als sie sich wieder voneinander gelöst hatten. Ich hab was für dich, sagte Draco und zog etwas hinter seinem Rücken hervor. Mein Zauberstab? Ja, denn du darfst ab jetzt offiziell zaubern, also? Raunte Draco und grinste. Harry überlegte kurz, schwang den Zauberstab und gleich darauf hatte Draco kein Hemd mehr an. Hey, so war das nicht gemeint, sagte Draco gespielt empört. Warum? Ich dachte, ich packe mein Geschenk sofort aus, sagte Harry betont unschuldig. Na, wenn das so ist, dann hätte ich mir ja gar keine so große Mühe geben müssen, erwiderte Draco und grinste. Okay, okay, gewonnen, sagte Harry und mit einem weiteren Wink des Zauberstabes hatte Draco sein Hemd wieder an. Dieser lächelte und zog nun etwas unter dem Bett hervor. Hier, für dich, sagte er und legte dem Gryffindor ein liebevoll verpacktes Geschenk in den Schoß. Was ist das? Wollte dieser wissen. Mach es auf, dann siehst du es. Vorsichtig löste Harry das Papier. Darunter kam ein kleines, in Leder gebundenes Buch zum Vorschein. In der Mitte war ein Haar eingeprägt. Ein kleines, goldenes Schloss befand sich an der Seite. Draco hielt Harry nun eine Kette hin, an der ein Schlüssel hing. Nur der kann es öffnen. Es ist gegen Zauber geschützt und das wird nie voll werden, erklärte er. Überrascht griff der Gryffindor nach dem Schlüssel und öffnete das Buch. Es war ein Tagebuch und die ersten Seiten waren bereits beschrieben. Harry überflog sie. Draco hatte aufgeschrieben, wie sie sich das erste Mal auf dem Astronomieturm vor bald zwei Jahren nähergekommen waren. Von den Ereignissen im Sommer, als er von den Dursleys gerettet wurde, wie sie sich das erste Mal geküsst hatten und vor allem, was seit Beginn des Jahres geschehen war. Er beschrieb seine Angst um Harry, als dieser im Koma lag und später entführt wurde. Der letzte Eintrag war vom Abend zuvor. Du liegst neben mir und schläfst. Ich sehe dir gern beim Schlafen zu. Dann siehst du immer so aus, als würdest du keine Sorgen haben, als sei alles einfach. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte oft, wir wären ein ganz normales Paar, dass ich nur darüber Gedanken machen muss, ob es einen Abschluss schafft oder wie man in einem vollen Haus mal ein paar Stunden füreinander findet. Auf der anderen Seite, was wäre gewesen, wenn das alles nicht passiert wäre? Wenn ich dich damals nicht gefunden hätte? Wenn ich es nicht geschafft hätte, meinen Vater zu überreden, mit O'Keshef zu sprechen? Vielleicht wärst du dann nicht mehr da. Einfach weg. Weg aus dem Leben und aus dem Leben so vieler, die du berührt hast. Selbst jetzt, wo ich das aufschreibe, kann ich kaum verhindern, dass mir die Tränen kommen. Ein Leben ohne dich kann und will ich mir nicht mehr vorstellen. Im letzten Schuljahr hatte ich dich mehr als nur einmal beinahe verloren. Und jedes Mal war es so, als würdest du auch einen Teil von mir mitnehmen. Als ich dich vor den Ferien im Gras liegen sah, verletzt und mehr tot als lebendig, da glaubte ich, aufsterben zu müssen. Die Erleichterung, als du aufgewacht bist, die konnte ich kaum beschreiben. Harry, ich liebe dich und ich werde es immer tun und ich hoffe, ich werde nie wieder ohne dich sein. Harry James Potter Snape, willst du mich heiraten? Harry starrte auf die Seite und eine einzelne Träne fiel auf das Blatt. Dann sah er auf. Draco saß noch immer auf der Bettkante und lächelte. In der Hand hatte er die geöffnete Schatulle, in welcher ein Ring lag. Harry sah, dass er leicht zitterte. Er klappte das Buch zu und legte es auf die Seite. Also Harry, willst du mich heiraten? Wiederholte Draco seine Frage im Hier und Jetzt. Vollkommen fassungslos sah Harry auf den feinen silbernen Ring in der Schachtel. Dann blickte er Draco direkt in die Augen, in welchen sich ebenfalls Tränen gesammelt hatten. Natürlich will ich, sagte er stotternd und legte seine Lippen auf Dracos. Als sie sich nach einem endlosscheinenden Kuss lösten, nahm der Slytherin den Ring und steckte ihn Harry an. Er passte auf Anhieb und so, als sei er für den anderen gemacht. Ich liebe dich, sagte Draco und küsste seinen nun Verlobten noch einmal. Und ich dich, sagte Harry und lächelte. In diesem Moment klopfte es an der Tür. Schnell wischte sich Harry die letzten Tränen weg, als die Tür aufging und Cerberus mit Dragulus und Sammons Zimmer trat. Der Zwölfjährige trug eine Torte, auf der siebzehn Kerzen bereits brannten. Happy Birthday! riefen die drei und kamen zum Bett. Sofort wurde Harry umarmt und geküsst. Die Torte habe ich mit Tante Narzissa gebacken. Wünsch dir was! sagte Sam stolz und stellte den Kuchen auf dem Nachttisch ab. Danke, Sammy. Sie ist wirklich toll! sagte Harry und ließ die Kerzen aus. Skeptisch beugte Cerberus seinen Sohn und sein Patenkind. Sagt mal, ist alles okay? Ihr seht aus, als hättet ihr geweint. Fragend sah der Lehrer zu den Jungen. Harry sah schnell zu Draco, der lächelnd nickte. Ähm, also Drays Geschenk war schon ziemlich überwältigend, sagte Harry und hob die Hand, sodass seine Väter und Sam den Ring sehen konnten. Krass! kam es von dem kleinen Slytherin. Cerberus sah zu Regulus, der unverhohlen aufschluchzte. Das heißt, also, stotterte der Tränkemeister. Ja, ich habe Harry einen Antrag gemacht. Eigentlich wollte ich dich vorher fragen, aber heute Nacht habe ich beschlossen, ihn heute Morgen zu fragen und... Daher, also, es tut mir leid, dass ich euch damit überrumpelt habe. Versuchte Draco eine Erklärung. Cerberus und Regulus sagten nichts. Nach einer gefühlten Ewigkeit, in der er still war, zog der Tränkemeister seinen Sohn in die Arme und Regulus tat das Gleiche mit Draco. Wir freuen uns für euch. Das ist toll und natürlich habt ihr unseren Segen, sagte Cerberus und umarmte nun auch sein Patenkind und zukünftigen Schwiegersohn. So, also ich denke, in Sachen Geschenke hat uns Draco die Show gestohlen. Nichtsdestotrotz, wie wäre es, wenn du dich anziehst und dann ins Kaminzimmer kommst? Sagte der Tränkemeister und sah seinen Sohn lächelnd an. Sicher, ich bin gleich da, sagte Harry und schwang die Beine aus dem Bett. Als er und Draco eine Viertelstunde später das Kaminzimmer betraten, schwebten überall bunte Luftballons. Cerberus, Regulus, Sam, Narzissa und Lucius standen um den Tisch und begannen, Happy Birthday zu singen, gleich nachdem die Jungen den Raum betreten hatten. Natürlich freuten sich Narzissa und Lucius über die Verlogung der beiden. Stolz zeigte Harry den Ring. Er steht dir wirklich gut, es war einmal mein Verlobungsring, sagte Narzissa und legte ihren Arm um Draco, der verlegen lächelte. Ja, Mom gab ihn mir zu meinem 17. Geburtstag. Sie sagte, ich würde schon wissen, was ich damit anfangen soll, erklärte er. Aha, so war das also, sagte Savills und lachte laut. Das war ganz ohne Hintergedanken, sagte Narzissa empört. Alles gut, kein Streit, wir sind glücklich und das zählt, beschwichtigte Harry. Okay, dann also zu den Geschenken, sagte Lucius und reichte das Paket an den Gryffindor. Von mir und Cesar, sagte er. Harry öffnete das Paket und strahlte. Darin waren ein neuer Festumhang und sehr edle Lederschuhe. Andächtig holte er die Sachen aus dem Karton. Wow, das ist der Wahnsinn, danke, sagte er und umarmte die beiden Malfoys. Na, wir dachten, du könntest mal was Neues gebrauchen und dem Anlass heute entsprechend, sagte Lucius. Die Schuhe sind ja echt schick, sagte Draco und besah sich die feinen Lederslipper. Sei nett, dann leichte dir mal, sagte der Gryffindor und grinste seinen Verlobten an. Alles klar, wenn wir verheiratet sind, dann gehört uns eh alles zusammen, sagte Draco. Glaubst du? Erwiderte Harry, grinste und küsste ihn. Jetzt ich, meldete sich Sam zu Wort und reichte seinem Bruder ein Päckchen. Danke, Sammy, sagte dieser und öffnete die Schachtel. Darin lag eine kleine geschnitzte Schachfigur. Es war ein Läufer, der so fein ausgearbeitet war, dass man meinte, den Gesichtsausdruck erkennen zu können. Hast du das gemacht? Wollte Harry vollkommen verblüfft wissen. Ja, Trinket hat ein bisschen geholfen. Gefällt sie dir? Ja, sie ist toll. Ich danke dir. Harry drückte seinen kleinen Bruder an sich. Dann reichte er die Figur an seine Väter und die Malfoys weiter. Wow, sehr schön. Ich sehe schon, Sam ist in vielen Bereichen begabt, sagte Lucius und besah sich die kleine Figur. So, ich denke, nun sind wir dran, sagte Regulus und sah zu seinen Verlobten. Ähm, ja, so, dann, wir müssen noch alles vorbereiten. Sammy, kommst du mit und hilfst uns? fragte Narcissa und sah zu dem Slytherin. Dieser nickte und verließ mit Lucius und der Frau den Raum. Soll ich auch gehen? Wollte Draco schnell wissen, aber Severus schüttelte den Kopf. Nein, nach der Verlobung heute Morgen ist das Geschenk ja quasi auch für dich, sagte er. Nun bin ich aber gespannt, kam es von Harry. Regulus zog eine Pergamentrolle hervor und reichte sie dem Gryffindor. Dieser nahm sie und rollte sie auf. Überrascht reichte er sie an Draco weiter. Ihr, ihr überschreibt mir den Grimit Place? Aber, stotterte Harry. Auch Draco sah seine Paten verblüfft an. Nun, Sirius hat dir ohnehin alles vermacht. Als nun herauskam, dass ich noch lebe, ging das Haus an mich. Lucius hatte das im Ministerium aufgeschnappt. Aber ich will das Haus nicht. Es ist deines, eures. Nehmt es als Start in ein vielleicht irgendwann ruhigeres Leben. Sagte der Heiler und nahm die beiden Jungen in den Arm. Aber der Orden warf Harry ein. Mach dir keine Sorgen. Der Orden trifft sich nun woanders. Das Haus ist eures. Sagte Severus. Gut. Aber ändert den Namen in den Pergament. Ändert ihn in Harry James Snape. Sagte Harry ohne zu zögern. Überrascht sahen seine Väter ihn an. Ich habe mich entschieden, den Namen Potter abzulegen. Ihr und Sam heißt bald alle Snape. Der Name Potter hat mir nie besonders viel Glück gebracht. Ich denke oft an James und Mom und ich. Bin mir sicher, dass sie nichts dagegen hätten. Wenn du das wirklich willst, dann freuen wir uns natürlich. Sagte Severus und sah zweifeln zu seinem Sohn. Ich bin sicher. Sagte Harry. Regulus nickte, hob den Zauberstab und änderte den Namen in dem Pergament. Ich habe auch noch was für dich. Sagte Severus und reichte seinem Sohn eine Schachtel. Harry öffnete sie und holte erstaunt eine kleine Fiole hervor. Auf dem Etikent erkannte er seine eigene Handschrift. Was ist das? Das ist der erste Trank, den du in meinem Unterricht je gebraut hast und für den du tatsächlich ein Ehe bekommen hast. Sagte Severus grinsend. Du hast ihn aufbewahrt? Aber warum? Wollte Harry wissen. Ich wollte dir zeigen, dass ich dich nie wirklich gehasst habe. Ich war unfair und vielleicht verblendet, aber tief im Innern gab es eine Verbindung zwischen uns. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum ich ihn aufhob. Ich habe ihn durch Zufall wiederentdeckt. Keinen anderen Trank von Schülern habe ich je aufgehoben. Es muss für was bedeuten. Sagte der Lehrer und lächelte. Harry schluckte schwer und schlang die Arme um seinen Vater. Danke, Dad. Schluchzte er. Severus drückte den Jungen fest an sich. Schon gut. Ich liebe dich. Sagte und küsste seinen Sohn auf den Kopf. So. Und nun lassen wir das. Ich werde heute noch oft genug weinen. In der gestrickte Snape den Jungen vor sich und lächelte. Die anderen werden sicher auch jeden Moment kommen. Sagte Drake und nahm Harrys Hand. Dieser nickte. Gut, dann lass uns gehen und unten im Park auf sie warten. Sagte er. Wenige Momente später waren die Jungen aus dem Raum verschwunden. Regulus trat zu seinem Zukünftigen und legte ihm einen Arm um die Hüfte. Und? Was sagst du? Wollte er wissen. Zu der Verlobung? Ich freue mich. Das tue ich wirklich. Ich weiß, sie werden nicht heute und morgen heiraten, aber sie gehören zusammen und das ist alles, was zählt. Sagte Cerys und sah den Heiler an. Dieser nickte und küsste den Mann, bevor auch sie sich auf den Weg in den Park machten. Drake und Harry saßen inzwischen unter der Kastanie und blickten auf den See. Die Sonne wärmt an diesem Tag. Es war fast schon heiß. So ein Wetter war in diesem Sommer selten. Am Himmel war nicht eine Wolke und ein leichter Wind wehte. Weißt du, was mir fehlt? Fragte Harry und sah zu seinem Verlobten. Dieser nickte. Ja, und das mehr. Mir auch. Sagte er. Hm, genau. Meinst du, wir werden es dieses Jahr nochmal sehen? Ich weiß nicht. Eigentlich sollte es dort sehr sicher sein, aber sie machen sich ihm Sorgen. Sagte Drake und seufzte. Plötzlich und ohne Vorwarnung knallte es und viele Menschen landeten mehr oder weniger elegant auf der kleinen Wiese vor dem See. Hermine, Ron und Ginny saßen im Gras, während Arthur und Molly Weasley, die Zwillinge, Oliver Wood, Angelina, Lee Jordan, Bill, Fleur, Seamus und Blaze stehend gelandet waren. Sofort sprangen Harry und Draco auf und gingen auf die Gruppe zu. Gab es für euch eine Gruppenermäßigung? Wollte Draco lachend wissen. Sehr witzig, Draco. Den Portschlüssel hat den Vater besorgt. Erklärte Hermine, rappelte sich hoch und zeigte auf einen alten Besen, der im Gras lag. Wo steckt denn das Geburtstagskind? Ah, Harry, mein Lieber, da bist du. Überrascht hielt Molly inne, als sie Harry entdeckte. Der kam lächelnd auf die Frau zu. Deine Haare! Also ich muss sagen, das sieht sehr schön aus. Danke, Mrs. Weasley, sagte Harry und ließ sich von Molly umarmen. Ja, Mann, echt schick? Sagte nun Ron und umarmte seinen besten Freund ebenfalls. Schnell fand sich der Gryffindor in lauter Armen wieder und nahm die Glückwünsche entgegen. Gerade als jeder der Weasleys und der anderen ihn umarmt hatte, machte es wieder plopp und neben ihnen auf der Wiese standen Theodore und Pansy mit Dobby und Hagrid mit Trinket. Der Halbrise war deutlich grün um die Nase, die beiden Hauselfen verschwanden sofort wieder. Kann mich nicht dran gewöhnen, stöhnte Hagrid. Ach, so schlimm ist es nun auch nicht, sagte Theo, ging auf Harry zu und umarmte ihn schnell. Alles Gute, sagte er. Ja, von mir auch. Ach, und schicke Haare, sagte Pansy und drückte den Gryffindor ebenfalls kurz. Danke, Leute, sagte Harry lächelnd. Nun hatte sich auch Hagrid wieder gefangen und ging auf den Jungen zu. So groß bist du schon, hab dich gehalten, da warst du kaum größer als einer Raune und nur... schniefte Hagrid und drückte Harry an sich. Hagrid, stopp, du erstickst ihn ja, sagte Ginny und zog den Halbriesen von Harry weg, dieser keuchte. Oh, tut mir leid. Schon gut, kam es hustend von Harry. Sag mal, Harry, was ist denn das da an deinem Finger? wollte Fred nun grinsend wissen. Ähm, also, stotterte Harry. Wir sind verlobt, half Draco aus. Nicht dein Ernst, keuchte Ginny und griff nach Harrys Hand, um sich den Ring anzusehen. Der ist sehr schön, kam es von Fleur, die nun genau wie Mrs. Weasley, Pansy, Hermine und Angelina nähergetreten war. So romantisch, schwärmte Angelina und sah zu George, der Hilfesuchend zu seinem Bruder sah. Schau mich nichts an, ich hab das schon erledigt, sagte dieser und zog Oliver näher zu sich. Ihr könnt euch ruhig noch etwas Zeit lassen, raunten Mr. Weasley, George, Ron und Lee zu. Die drei Jungen nickten und lächelten ihren Freundinnen zu. Auf wen warten wir noch? Wollte George irgendwann wissen. Luna und Neville fehlen noch, sagte Draco. Ach, das kann ich mir vorstellen, sagte Fred feixend. Hä, wieso? Wollte Ron wissen, aber sein Bruder zuckte nur mit den Schultern. Keine zwei Sekunden später landeten Neville und Luna Hand in Hand auf der Wiese. Tut uns leid, aber mein Freund hat so lange gebraucht, um sich fertig zu machen. Oh, hallo Harry, alles Gute zum Geburtstag. Deine Haare sehen toll aus. Luna kam auf Harry zu und umarmte ihn, dann ging sie zu Drake und drückte ihn ebenfalls. Es war still geworden und alle starrten das Paar an. Neville war das sichtlich unangenehm. Ähm, hey Leute, sagte er zögernd und ging dann auf Harry zu und reichte ihm die Hand. Alles Gute zum Geburtstag, sagte er. Ja, danke Neville, alles Gute nachträglich, antwortete der Gryffindor. Neville nickte und nahm Lunas Hand. Ihr beide, also ihr seid ein Paar? Fragte Ron, der als erster seine Sprache wiedergefunden hatte. Ja, schon eine Weile, aber wir dachten, wir halten es geheim, bis wir sehen, wohin es führt. Erklärte Luna und lächelte. Du wusstest das? Warnte sich Drake nun an Fred. Dieser nickte. Luna und Neville waren vor ein paar Tagen im Laden, erklärte er. Nun gut, aber ich denke, es wird Zeit. Wir sollten langsam mit der Feier beginnen, sagte Molly Weasley. Kaum hatte sie das gesagt, tauchten die letzten Geburtstagsgäste auf. Remus und Tongs kamen aus Richtung See auf die Gruppe zu. Na, hier ist ja schon was los, sagte Tongs, grinste und zog Carrie in ihre Arme. Happy Birthday, sagte sie und strich ihm über die Haare. Sieht gut aus, alles Gute, kam es nun von Remus, der Tongs mit der Umarmung ablöste. Sagt mal, wollt ihr alle hier am See übernachten? Die Köpfe der Anwesenden wandten sich um. Severus Snape kam mit Sam an der Hand auf die Gruppe zugeschlendert und grinste. Sam riss sich los und rannte zu Remus und Tongs. Der Wehrwolf hob sein Patenkind in die Luft und setzte den Jungen dann wieder ab. Entschuldige Severus, wir sind gerade erst angekommen, erklärte Remus. Der Angesprochene nickte. Na dann, herzlich willkommen. Lass uns zum Haus gehen, wir haben auf der Terrasse gedeckt, sagte er und lief voraus. Auf der großzügigen Terrasse des Männers war bereits für den Brunch gedeckt. Narcissa und Lucius begrüßten die Gäste. Alle waren ganz verzückt von den Zwillingen, die zusammen in einem Kinderwagen lagen und schliefen. Nun machte sich Harry daran, die zahlreichen Geschenke auszupacken. Neben einer Menge an Süßigkeiten, Büchern und anderen Sachen bekam er von Bill und Fleur einen magischen Rasierapparat und von Ron und Hermine ein neues Spikoskop. Das letzte Päckchen war von Molly und Arthur Weasley. Harry öffnete die Schachtel. Es war eine Uhr darin, die fast so aussah wie die, die Mr. und Mrs. Weasley Ron zum 17. Geburtstag geschenkt hatten. Sie war golden und hatte statt Zeigern Sterne, die sich um das Ziffernblatt drehten. Es war Tradition, dass man einem Zauberer eine Uhr schenkt, wenn er feuerig wird, erklärte Mrs. Weasley. Die sich jetzt nicht neu, wie die von Ron. Sie gehörte eigentlich meinem Bruder Fabian und er ging nicht besonders pfleglich mit seinen Sachen um. Weiter kam sie nicht. Harry war aufgesprungen und umarmte Molly, so fest er konnte. Es wurde ein fröhlicher Brunch. Es war fast so, als würden sie alle vergessen wollen, welche Gefahren außerhalb der dicken Mauern formell von Männer lauerten. Am frühen Nachmittag zogen sich alle zurück, um sich für die Hochzeit vorzubereiten. Das Männer bot gerade so genug Platz für alle. Drake und Harry waren seit dem Morgen nun das erste Mal allein. Als sie in ihr Zimmer traten, lag ein Paket auf dem Bett. Was ist das denn? Wollte Draco wissen. Harry zuckte mit den Schultern und griff nach der Karte, die daran befestigt war. Für unbeschwerte Stunden. Happy Birthday, Fred und Oliver. Lass er vor und sah belustig zu seinem Verlobten. Ah ja, wollen wir wissen, was darin ist? fragte dieser. Klar, sagte Harry, löste das Papier und öffnete die Schachtel. Er lachte laut auf. Draco trat hinter Harry und sah ihm über die Schulter. Kopfschüttelnd nahm er ihm die Tube aus der Hand. Nachtleuchtendes Kleidgel. Auf sowas können auch nur die kommen, sagte er und grinste. Beschäftigen wir uns später damit. Wir sollten uns langsam fertig machen, sagte Harry, nahm Draco die Tube wieder ab und warf sie zu allerlei anderen Sachen in das Paket zurück, ehe er den Karton unter dem Bett verstaute. Na schön, also du erst duschen oder ich? Fragen sah Draco zu seinem Verlobten. Dieser grinste, griff nach Dracos Hand und sagte, zusammen, und zog ihn ins Badezimmer.